hey leute und damit herzlich willkommen zum ersten part vom paintball battle und ich spiele heute mit dem mega unbekannten die ich eigentlich kenne und ich eigentlich gar nicht mag wer bin ich ok ja es geht jetzt in zehn sekunden los genau hier viele leute dabei paintball battle paintball mod und so falls ihr nicht wisst was das ist schaut in die beschreibung und beziehungsweise kommt die richtung ja wir haben ja schon mal ein battle da gemacht da warst du auch dabei genau das ist schon aber relativ lang her wie wärs mit holzfarben am mod hat sich nicht so viel verändert das ist ziemlich gut also ich kann ja mal kurz ein paar regeln sagen und zwar 15 minuten bauzeit und nach 30 minuten müssen wir an der oberfläche sein und dürfen dann auch nicht mehr nach unten gehen ich habe bäume gefällt hier und dann gibt es noch wir dürfen nur waffen und so rüstung aus dieser mod verwenden und auch nur unsere teamfarbe verwenden wir sind jetzt teamfarbe lila und wir dürfen also dann so lila eine rüstung und waffen so verwenden und dürfen auch nicht von den gegnern klauen und so weiter das ist dann ganz was ich jetzt wollte ich nicht mehr sagen weiß ich nicht mehr was ich sagen wollte alle leute die aus bayern kommen sind das ist voll die little hier little grenze hier voll ja warte ich komme ich baue wie viel holz fahren wir wir fahren mal zwei bäume jeder oder ja das würde passen auf der anderen seite von dem sei aber ich weiß doch gar nicht wo die bedrock grenze ist wenn ich unter der höhle bin na genau pcf das geilste ist ich habe gerade ein mixer-genie neben mir stehen aha bier aha hirten greifen nein ich kann ich trinke nicht doch wobei wenn ich irgendwann mit ja ich habe vergesse ich es und greife einfach hin und zaufe einfach mega so wo bist du jetzt ich habe schon eier zwei stück geil zwei du hast keine zwei ich habe aber einen samen hallo hallo wahrscheinlich habe ich nicht erwischt ok ja hier ist schon die bedrockstrasse die sollten aber noch war es aber jeder licht ja ok wohin gehen wir nach unten oder so der scheiß mod ohne ne es liegt am server server denn nein so gut oder oben sind schweinchen aber brauchen wir eigentlich ja gar nicht wir müssen aber irgendwo nach unten graben oder so warte mal ich würde sagen wir chillen einfach die ganze zeit an der oberfläche und lassen uns direkt killen nein hier sieht es doch einigermaßen gut aus ja top ich mache ich mache mal holzstück zöcke top die höhle top die höhle gilt er scheiß drauf wir haben ja irgendwie immerhin irgendwas ja luke alter du bist ein genius hier geht es übel weit runter ohne witz direkt eisen alles warte ich habe stein kann luke einmal komm her komm her komm mein süßer so reber macht ihr gleich noch eine spitzhacke mit ok ich habe hunger nom 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 ziemlich weit runter. Okay. Hier ist, ja, hier ist übelst das Cave. Goil. Und hier, nein, ich würde sagen, wir gehen hier rein, weil da war auch direkt Eisen und alles. Ja, warte, geh du doch da rein. Ich guck mal hier. Ja, aber ich brauche erst, ah, ich hab ne Spitze. Ja, hab ich dir gegeben. Dankeschön. Bitteschön. Oh, und das ist, ist die Brightness ganz hoch? Ja, ist sie. Boah, ich freu mich schon, wenn wir endlich mal so ein bisschen craften können mit dem Mod und alles. Ich hab da richtig Bock drauf. Aha. Aber wir haben echt so wenig Zeit, das ist krank. Wie lange haben wir? Äh, 15 Minuten ja nur. Was? 15 Minuten Aufbaufase. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen Eisen und dann craften wir, weil wir brauchen ja nicht viel. Es gibt ja auch so eine Base. Wir müssen ja so eine Base machen dann, ne? Ja, wir brauchen so circa 30 Eisen, würde ich sagen. Wie geht denn die Base? Weil wir müssen ja keine Rüstung machen, dürfen wir ja nicht. Wie geht denn die Base? Warte, ich guck gleich die Microphone nach. Oder hast du einen zweiten Bildschirm? Nee. Ich bin nicht so rich bitch und so. Weil ich hab nämlich auch keinen, deswegen, na. Aber ich kann doch am Handy nachgucken. Ja, ich hab halt nur Minecraft in 720p Fenster. Ich hab so ein Vollbild. Ah. Warte mal, ey. Ist hier noch irgendwo Eisen? Ich jump hier einfach ein bisschen durch die Höhle. Die hier springen uns eh nichts, also wir brauchen wirklich gar nichts. In dem Stuff. Eigentlich brauchen wir, ja, wir brauchen nur die Sachen. Also Sticks, Eisen, Glas. Glas, okay, Glas. Wir brauchen Glas. Scheiße, wir brauchen echt Glas, du hast recht. Äh, wie viel Eisen hast du? Äh, vier. Äh, ist in deiner Höhle noch was? Ja, da geht's noch voll weit runter. Aber... Ja, geh du da mal runter und ich fahr mal schnellstern. Achso, ja, das wollte ich eigentlich gerade auch noch machen. Egal, gut, dann äh, geh ich einfach hier weiter. Ich setz einfach auch keine Fackeln und so, ne? Nee, nee, mach ich auch nicht. Gut. Leute, ich hab kein Minecraft- Ich hab nix. Ich hab keinen Minecraft-Sound. Müssen wir nicht so eingewildet sein und immer hohe Ansprüche haben. Ich hab keinen Minecraft-Sound. Oh, ich, doch, hab ich. Ich hab keinen. So, ich hab schon 16 Eisen. Ich hab keinen. Ja, dann, dann ist dieses Battle ohne Minecraft-Sound. Dann lege ich... Ist aber eh voll... Wohl. Das ist voll scheiße. Bleh. Dann, dann mach ich kurz bei mir mal einen kleinen Cut. Dann, dann, bis ich den Sound hab. So, da bin ich in meiner Aufnahme wieder. Ich hab Minecraft-Sound. Bin ich nicht baro. Er hat sich grad vorhin geschwengelt und jetzt... Oh, Leute, das war... Was war das? Ach, das war Clay. Oh. Oh, geil, kommt da viel Sand raus. Ach, nee, was? War Clay. Ja, dachte ich... Dachte ich halt wirklich, ey. Genau. Ich hab grad einen auf Fridge-Nigger gemacht und dann auf einmal... War das gar kein Sand. Man, ganz treu, wir waren nicht erfüllt. Boah, hier ist kein Eisen. Warum bin ich jetzt hier... Boah, ich bin hier... Ja, aber ich hab doch schon 16. Das reicht doch. Wie viel hast du? Immer noch vier. Na gut, wir können ja schon mal anfangen. Oh. Ja, wir müssen uns ja irgendwo an der Oberfläche in der Base machen. Oder machen wir die unterirdisch in so einer Höhle drin? Da findet die Köln... Nein, wir machen die oben. Wacke! Machen die hier. Unterirdisch wäre auch nicht... Ich guck jetzt mal, wie das geht. Ha. Ich war hier, glaub, schon drin. Boah, keine Ahnung, wo ich hier hingehen soll. Oh, da ist Stegi. Ich seh Stegis Namen. Ich weiß doch echt nicht, wie man eine Base macht, ne? Ich auch nicht. Boah, wie ging das? Da, das... Warte. Other. Das steht auch nicht... Das ist doch bei diesem Other Dingens vielleicht auf der Seite. Warum hier eigentlich eine Base? Ja, nö, eigentlich... Weiß ich nicht. Ich schreibe mal. Ich hab noch Eisen gefunden. Wir einen Base. Dein Deutsch sein cool. Keine Pflicht, okay, ja. Ja, nützlich. Scheiß mal auf nützlich, ey. Warum wäre das nützlich? Wir sind Hipster, wir brauchen sowas nicht. YOLO, Swag und so. YOLO. YOLO, wir brauchen keine Base. Wo bist du? Ich bin hier in der Höhle drin. Ja, dann komm mal hoch. Scheiß mal auf die Base, wir machen unsere Base hier unten. So, fangen wir mal mit dem ersten Ding an. Also, Boys. Eigentlich, wir brauchen ziemlich viel Eisen. Ach, was? Hi, ich bin hinter dir. Nicht, dass du wieder wild um dich schlägst. Ja, ich hab den nicht gesehen. Ich dachte, hab ich dich dann eigentlich gehintet? Ja, ne? Wann? Vorhin. Nee. Nee. Ja, Eisgefuh... Ich grabe mich einfach so hin, um Stein abzubauen, dann bin ich Eisen. Babo. Babo. Babo Show. Chabos, wisst ihr, wer da... Babo Show. Chabos, wisst ihr, wer da... Ach, hier geht's ja auch voll rein. Hier geht's ja auch richtig fest in die Höhle rein. Schabos, wisst ihr, wer da, Babo ist. Genau. Mortal Kumpa, Lostal Kropfa, Mortal Honda. Wieso geht das auch? Das ist so asslack. So, ich hab noch mehr Eisen gefällt. Allerdings, meine Mutter. Was, meine Mutter? Boah, ich dachte grad, du wärst so ein hässlicher Zombie. Nee, hier sind so viel Spinnen. Hier ist ein Spinn-Spawner. Lalalala. Hörst du doch, oder? Nur, keine Ahnung. Ich denk halt, wow, da ist eine Spinne. Geil, aber... Spinn-Spawner? Kein Plan. Ich würd sagen, wir machen oben unsere Base, oder? Also so, schon in der Höhle, aber nicht so ganz weit unten. Okay. Oh! Machen wir wirklich keine Lava? Äh, äh, Diamanten? Hast du welche, oder wie? Nee, aber... Ich bin hier bei Lava. Keine Ahnung, könnte sein, dass ich hier jetzt welche finde. Also ich hab genug Eisen. Also komm jetzt hoch. Ich hab 28 Stück. Ich hab 20. Ja, komm hoch. Das reicht locker. Meinst du? Ja, komm, wir müssen jetzt craften, sonst werden wir nie verpacken. Fertig. Ich bin doch mal ganz pessimistisch. Aber wird schon. Wird, wird. Komm, einfach geh jetzt einfach nach oben, wir treffen uns oben. Oben, an die ganz Oberfläche und so, oder was? Ja. Die fette, fette Oberfläche. Wir machen noch ein bisschen Kohle mit, weil wir brauchen, ähm, für Sand. Ja, nehm ich mit. Okay. Warte, bist du glaub neben mir, oder irgendwo? Ja, ja, ich bin neben. Ah, komm, das bisschen Eis nehm ich jetzt auch noch mit. Ach, da bist du. Daher brauchen wir das noch und dann... Denk mir so, ach, hätte ich doch nicht auf den dummen Luke gehört. Noch eh keine Ahnung. Halt die Fresse. Es regnet. Ha, gay. Ha, gay. Ha, gay. Ha, gay. Ich komm nicht so hoch, irgendwie. Vor allem nicht, wenn ich ein bisschen Husten hab. Alter, hier ist ernsthaft ein Spin. Spin and Spawn, ey. Ja. Ich weiß. Boah, es lag. Es laget. Es laget. Es laget am Server. Ja. So, ich bin da an der Oberfläche in diesem einen Loch da. Ach, da. Hi. Hi. Hallo. Es geht ab. Wie heißt du denn? Aslak. Was? Hi, ich bin der Chavo. Ich schreibe mir schnell einen Chat Regen aus. Tu doch mal dein Eisen rein. Hier. Oder mach schnell einen zweiten Open noch mit Eisen. So, also ich fange mal an mit dem ersten Crafting-Ding. Also, wir brauchen eine Sniper. Oh, wir brauchen doch mehr Eisen. Als ich gedacht hab. Boah. Ah, nee, das reicht. Wie viel hast du? Tu mal rein. 21. Ja, das reicht. Das reicht. Okay, also wir fangen an. Zuerst mal brauchen wir Ausrüstung. Ja. Krafte ich mal eben. Mit Wolle. Weil ich bin ja der Boss. Warte. Du hast mal schnell eben dein Violettzeug. Ja, nee, ich kraft mir einfach selber die Wolle. Ja, dann bist du ja auch der Boss. So, also einmal Schuhe. Dann gibt es... Ah, hier Hotpants. Aber das... Lol, das geht. Was ist das? Ach so, ein Helm. Bin ich dumm. Ach so, ich wollte kurze Hosen machen. Ach man, bin ich dumm. So, ich kraft dir gerade zu extra. Alter, es sieht voll scheiße aus. Ich muss mich mal schnell schnäuzen. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich hab schuften im Sommer. Ich weiß, ich war ja Mittwoch 2.5.7 das Konzert. Oh, sexy. Sexy Boy. Und weißt du, pass auf, Luke. Ja, wir waren jetzt auf dem Siebeners Konzert. Fick dich. Und dann, und dann sind wir so rein, dann sind wir irgendwie um 12 Uhr wieder heimgekommen mit 2 Promille und am nächsten Tag Chemie-Schulaufgabe. Und was hast du, eine 6? Ich spekuliere immer auf eine 5. Aber mit ein bisschen Glück hab ich auch eine 6. Ich hatte die übelste Kraft. Ich muss ja jetzt ja nicht von meinem Mathe-Test erzählen, oder? Ja doch, erzähl mal. Ein Punkt. Oh, du Ast. Lass mich. Da war so eine, da war so eine, da war so eine, da war so eine Überschrift. Ähm, Frauen wollen am liebsten Klamotten in Größe 0 tragen. Und dann hab ich dahinter geschrieben, gibt's nicht mal XD. Und die Lehrerin ist richtig ausgerastet. Okay. Ähm. Themawechsel. Boah, nicht über unsere Inkompetenz reden. Ja, das ist aber wieder ein neues Thema in Mathe, das krieg ich hin. So, ich mach erstmal eine Pistol. Pass mal auf, du Boy. Ja, Pistol. In Pink, Alter, das ist doch schwul. Wir sind die Game Boys. Haha. Es ist gar nicht Furchteinflößel, so. Nee, wir sind eher so die, die Lover Boys. Habe ich das Gefühl. Pass mal auf, pass mal auf. Alter, verballer keine Muni. Hä, ich kann dich nicht treffen. Ich kann dich nicht hitten. Ja, ist doch gut, weil wir im selben Team sind, du Lappen. Sicher? Ja. Ich glaub dir nicht. Faller doch mal keine Muni, ey. Spaß, ihr Hasi. So, die Muni, die ging. So. Hast du keine Ahnung von dem Mod? Die Fresse. Fahr mal lieber noch ein bisschen Sand, wenn's geht. Meine Mutter fahrt noch ein bisschen Sand, wenn's geht. Mama. Fahr mal Sand jetzt. Fahr mal Sand jetzt. Oh, du hängengebliebener Hunden. Ich wollt's nicht sagen. So, gucken wir mal, was ich jetzt hab. Ich hab ne Rival. Jetzt mach ich mir noch ne Sniper. Ne, ne, Pumpgun mach ich mir jetzt erstmal noch. Shotgun hab ich jetzt. Und jetzt wollen wir noch ne Sniper. Ne, Rival. 58, erster Gott. Mg, Mg, wie macht man nochmal ein Mg? Ich hab 31 Sand. Ja, nein, Sniper brauch ich noch. Sniper brauch ich noch. Sniper, wie macht man Sniper? Das war so. 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 Hä? Was ist bei dem kaputt? Piss, ich hab jede Waffe. Nein, mir fehlt noch die. Ja, man braucht Sticks, Eisen. Uns fehlt noch der Granatenwerfer. Aber dafür brauchen wir, dafür brauchen wir einen Creeper. Es ist Nacht. Ich geh mal schnell raus. Ich hol mir mal schnell ein Schwert. Das war die Pistol. Ist eigentlich egal, bei jeder Waffe ist es fast dieselbe Munition, oder wie? Ja, ist bei jeder Waffe dieselbe Munition, außer bei der, bei der, ähm, wo man Granaten schießt. Dafür brauchen wir aber erstmal einen Creeper. Shotgun. Was gibt's noch? Pistol, Shotgun. Macht dann die mit drei. Boah geil, klick mal bei der, klick mal bei der Sniper auf Linksklick. Das ist so episch, das zoomt so richtig geil ran. Riffle und Sniper. Hast du schon eine, äh, Sniper? Ja. Klick mal Linksklick. Boah geil. Äh, 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 wo ist links? Lass mich. Ich fahr mal noch ein bisschen Sand. Ich hab schon Sand gefarmt, das reicht eigentlich. Ja, eigentlich wären wir ready, oder? Also, wir, äh, wir haben ein Leben praktisch, wenn wir einmal tot sind, sind wir raus. Ach ja, stimmt, das sollte ich auch noch sagen, vielleicht. Halt die Fresse, nanananananana. Sollen wir noch mehr, gehen die eigentlich kaputt, die Waffen? Nein, aber wir brauchen mehr Muni. Also, die Waffen gehen nicht kaputt. Mhm. Easy. I, I. Boah, bist du ein Hipster? Ja, ich bin Hipster Jolo Svek, Hipster Dreieck. Bla, bla. Ich fahr mir jetzt den ganzen Stack, falls wir uns mal hochbauen müssen. Stimmt. Ich hab sie. So, er ist ganz links Sniper. Shotgun ist geil. Schau mal, Shotgun. Bam. Na, ich schau mal, wie alle schießen. So, warte. Ich auch. Zack. Okay. Zack. Zack. Da kannst du draufbleiben. Nee, kannst du nicht. Ah doch, klick mal mit der, klick mal mit der. Rifle auf links klick. Ja, und dann? Das kannst du übel spammen. Ja, das wirst du eigentlich. Nein! Kannst du übel spammen. Also, kannst du übelst lang draufhalten. Also, immer. Und bei der Pistol dauert das so lang. Hä? Welche war die Riffle? Da. Ach, egal. Wir fahren jetzt. Wir fahren in meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne. Alles klar, okay. Da unten leuchten wir. Nein, ich geht auf. Wir gehen nach Hausbau. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Ah, Friedensfass vorbei, oder? Friedensfass vorbei, oder? Gar nichts zu melden. Nee, oder? Um 58 ist es vorbei. Also, drei Minuten. In drei Minuten ist es vorbei. Ja, das ist mir wurscht. Das geht mir am Arsch vorbei. Da unten redet man sogar noch bayerischer als bei uns. Ja, bei uns ist es ganz extrem bayerisch. Beziehungsweise allgäuerisch. Ja, allgäuerisch. Ja, hoi. Gibt's das? Ja, hoi. Ja, hoi. Alter, ich hab mich so kaputt gelacht. Ja, hoi. Ich wohne ja auch in Bayern, aber ich wohne nicht da, wo du wohnen. Das ist so geil. Ja, hoi. Was heißt das nochmal? Alter, Junge, ich kann das nicht. Ja, hoi heißt sowas wie Ach egal oder sowas. Ja, hoi. Ja, so, das ist so, ähm, so, ähm, was weiß ich, äh, im Bauernhof, beziehungsweise im Kuhstall sind Kühe. Ja, hoi. Irgendwie so, keine Ahnung, wie ich's... Kein Plan, nur meine Oma kann das und mein Vater ein bisschen, aber sonst. Meine Mutter kommt aus Baderwürde-Bärsch. Da kommt man auch. Äh, ja. Nee, mein Vater ist hier geboren. Der Hund. Der Hund. Ja, mir hat man's halt nie beigebracht, dem bayerischen Dialekt, deswegen konnte ich das auch nicht. Ich find's auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Hm? Malte kann das aber. Ein bisschen mehr. Ein bisschen. Auch nicht so extrem. Nee, eigentlich auch nicht. Bei uns ist ja so fränkisch. Oder aus Franken. Ja, ja. Okay, also, was haben wir hier noch? Sand. Ja, ich... Soll ich nochmal ein bisschen Sand holen? Oh, wir haben noch richtig viel Eisen. Ja, ich weiß. Na, ich weiß. Njau. Ich hol nochmal ein bisschen Sand. Soll ich mach mir jetzt erstmal noch ein Viking nochmal, Muni? Ah ja. Soll ich noch eine Minute, dann ist Friedenswasser vorbei. Oder so. Deswegen noch schnell Sand fahren. Ich will auch irgendwie so die Aslaks kommen. Ja, wir brauchen auch eindeutig Sand. Kannst du das Inventar voller Muni ballern? Voller Dürüm. Ja, mach ich auch. Komm, mach mal hoch. Hast du eine Schaufel? Ja. Geh mal her, dann mach ich noch. Ich hab 42. Ja, okay. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Es schaltet gleich um. Ich guck mal, was wir cooles noch machen können. Nee, nee. Handgranaten. Aslakgranaten. Warte mal. Hier noch schnell. Noch mehr. Heal. Man kann eine Heal machen. An sich ist das übelste Battle, wo man sich eigentlich fast nichts farben muss. Hast du noch ein Wolle? Ja, ich hab noch. Geh mal, geh mal schnell. Was ist Heal? So ein Teal-Ding oder was? Eine Wolle. Ich hab doch hier. Er schmeißt einen her. Ja, hab ich. Ich hab keine. Ich brauch eine Wolle. Hab ich die? Da, da. Warte mal. Ich guck mal, wie das geht. Naja, irgendwie war das. Warte mal. War doch jetzt so. Ha, Mad-Kit. Was ist dieses Mad-Kit? Ah, ja, so. Ich hab ein Mad-Kit. Die ziehen, Kit. Kein Plan. Ich glaub, das muss man irgendwie auf den Boden schieben. Los, okay. Los. Okay, dann würde ich sagen, war es das von der Folge erstmal. Jo. Ähm, nächste Folge dann Battle-Phase. Wir haben nur ein Leben. Also, wenn wir sterben, sind wir tot. Freut euch auf den nächsten Part, auf die nächsten, wie auch immer. Au, du Arslack. Wir sehen uns. Ciao, Leute. Tschüss. weis, wir sehen uns. Ciao, Leute. BASI-BASI-BASI-VANI-VANI-VANI-VANI-VANI-VANI-VANI-VANI-VANI-VANI-VANI-VANI-VANI-VANI-VANI-VANI. Untertitelung des ZDF, 2020